Yo, wassup, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog aus Köln. Wir sind heute am Pop-Up-Store von Lowlight Studios. Ich werde jetzt ein paar Aufnahmen einbinden von gestern. Aber heute ist der offizielle Eröffnungstag. Wir sind heute wieder am Start. Alle Leute sind immer noch da. Ich kann das hier einmal zeigen. Ich freue mich auf den Tag. Wird sehr, sehr geil. Und let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt am Pop-Up. Wir gehen jetzt direkt rein, schauen uns das alles an. Ich zeige euch ein paar Aufnahmen. Und jetzt kommt auf jeden Fall wahrscheinlich wieder der Classic Montage von dem Pop-Up-Store. Wir gehen rein. Wir haben hier den besten Schatz Deutschlands. Ich hoffe, das kommt auch in dem Vlog, Rolando. Bro, ist geisteskrank hier. LNS, yes, sir. Willst du noch deinen Insta-Showladen? Insta-Creator. Super. Perfekt. Wer findet das dann echt meister? Ich höre, wunderbar. Very sex, guys. Very sex. Aber weißt du, was ich wichtig finde? Du hast kein Stussy an. Ich schwörst, wenn ich jetzt mit Stussy gekommne, dann wäre ich ausgerastet. Auf den nochmal. Stimmt. Ich schwörst, ich kann dieses Logo nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist wirklich schlimm. Was sind eure favorite Stussy-Pieces? Das ist das neue Stussy-Pieces, ja. Und die auch stehen, dass der Logo nicht mehr fehlt. Ich nehme aber, ich muss essen. Was hast du jetzt an der Bank? Was hast du für eine Größe? Das, kannst du es noch? Kannst du es anprobieren? Du hast da eh so ein reales Sizing, ne? Ich will nicht drüber reden, lecker. Ich hoffe, du kannst bei mir bestellen, das ist wie dein Feature-Pass. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, danke krass. Freut mich alle auf Insta. 0,0, Punkt. Ich werde gleich auf jeden Fall in Ruhe noch mal ein bisschen durch die Pieces durchgehen. Vielleicht euch ein, zwei Sachen vorstellen. Sieht auf jeden Fall, dass es jetzt sehr nice ist. Der Vibe gefällt mir sehr gut. Das war gestern schon sehr, sehr geil. Dort, ein cooler Vlog. Jetzt noch drei Weisheiten von mir. Die erste Weisheit ist, ein Gentleman schweigt und genießt. Die zweite ist, vertraue niemandem. Selbst dein Schatten verlässt in der Dunkelheit. Und der dritte ist, Frauen sind wie Tauben. Verfolgst du sie, renn sie weg. Zeigst du ihnen etwas Brot, kommen sie zu dir. Frauen sind wie Hunde. Und das meine ich nicht abwertend. Nenn niemals eine Frau einen Hund, weil Hunde sind leuer und Frauen nicht. Die anderen sind schon da. Was haben wir hier? Ohne Libert Maud. Ohne Libert Maud. Ohne Libert Maud. Ich finde das vom totalen Schnitt her, finde ich das sehr, sehr geil. Das Print gefällt mir auch sehr gut. Die Qualität ist nice. Ich probiere es jetzt einfach mal an. Das ist jetzt eine L. Ich glaube, das wird mir ein bisschen zu groß sein. Ich glaube, ich brauche eher eine M. Aber wir gucken mal. Ich brauche ganz dick. 80. Aber kommt hart. Kommt hart. Gefällt mir gut. Sehr, sehr, sehr. Wie ihr seht, wir haben ein paar nicer Pieces bekommen. Ich stelle euch die aber auf jeden Fall gleich noch vor, wenn ich zu Hause bin. Ganz in Ruhe. Erstmal den Vorabtag genießen. Also gegen Ende des Videos stelle ich euch das Sachen dann vor. Okay, Leute. Yannick und Elisa kämen. Wir sind gerade immer noch bei dem Store. Rolando hat natürlich seine Kamera. Jetzt nehme ich auf mein Handy. Das ist unangenehm. Das finden wir hier. Rolando, wenn das nicht rein schneidest, willst du irgendein Grüßen? Grüße Mal. Da steht hier. Macher. Ihr bist unser Weg. Rolando. Ja? Zicken. Was sagst du für die Fans? Zu mir? Nee, für die Fans. Nicht zu dir. Aber du bist so ein Opfer. Weißt du was denn drauf, ne? Ja, Player 1. Ja. No. Wo ist der Player 2? Mega. Fokus dabei. Junge, ich wusste gar nicht, dass bei dir so läuft. AP und so, stark. Wie viel hast du gekostet? 10 Euro? Äh, 15 Euro. Oh, krass. Jetzt fokus hat quasi. Die ist nichts kürzend. Ja, niemand hat die. Das ist ja, ich kriege zu fame, wirklich. Ja. So ein gut aussehender junger Mann war. Da muss gehen. Ja. Das ist unsere Creation. Der beste Schlaf. Kein Spaß. Kein Schlaf. Morgen schlafen. Morgen schlafen. Ja? Ja. Schlaft einfach die ganze Nacht dich und schlaft am Morgen mit irgendwem. Und ganz wichtig, ihr müsst Beine übereinander legen. Ganz wichtig. Wichtig. Das ist gemütlich. Einfach vertrauen. Einfach vertrauen. Das war's. Tschüss, mir, bro. Yes. So, was geht, Freunde? Ich habe leider den mittlerweile Rolando Classic gebracht. Ich habe leider vergessen, das Outro aufzunehmen. Aber dafür nehmen wir das jetzt einfach hier auf. Wie gesagt, Ilias, nochmal vielen, vielen Dank fürs Stellen der Sachen. Und an euch, vielen, vielen Dank für den Support. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bekomme aktuell sehr viel Liebe für meine Vlogs. Deswegen, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr immer der Erste sein wollt, dann aktiviert auch gerne die Glocke. Und eine letzte Sache für euch noch. Nikita, der Player One, der hat heute genau an diesem Tag Geburtstag. Also, lasst gerne in den Kommentaren ein bisschen Glückwünsche da. Schreibt ihm auch gerne auf Instagram. Da freut er sich auf jeden Fall drüber. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haust dir rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.